Emma-Sophie Elisabeth Schwarzhaupt war eine deutsche Politikerin. Sie war von 1961 bis 1966 Bundesministerin für Gesundheitswesen und damit die erste Frau, die das Amt eines deutschen Bundesministers bekleidete. Ausbildung und Beruf Elisabeth Schwarzhaupt studierte nach dem Abitur 1920 an der Viktoria-Schule, heute Bettina-Schule, Rechtswissenschaft in Frankfurt am Main. 1930 bestand sie das zweite juristische Staatsexamen. Ebenfalls 1930 erfolgte die Promotion zum Dr. IUR mit der Arbeit Fremdwährungsklausel nach deutschem Schuldrecht. Sie war bis 1932 als Beraterin bei einer Rechtsschutzstelle für Frauen in Frankfurt am Main tätig. Danach arbeitete sie als Beauftragte Richterin in Dortmund und Frankfurt am Main. Im März 1933 erfolgte ihre Entlassung. Danach einem Erlass des nationalsozialistischen Justizministers Frauen nicht länger das Richterrampe kleiden durften. Sie war dann kurz beim Deutschen Rentnerbund in Berlin tätig und schließlich ab 1935 als juristische Mitarbeiterin bei der Kanzlei der Evangelischen Kirche in Berlin. 1947 kehrte sie nach Frankfurt am Main zurück und arbeitete bis 1953 im Außenamt der Evangelischen Kirche. Zuletzt als Oberkirchenrätin und Geschäftsführerin der Evangelischen Frauenarbeit. Elisabeth Schwarzhaupt wurde am 10. Dezember 1965 als erster Frau das Großkreuz des Bundesverdienstkreuzes verliehen. Von 1970 bis 1972 war sie erste Vorsitzende des Deutschen Frauenrates. Sie wurde auf dem Frankfurter Hauptfriedhof bestattet. Ihr Grab in Gewand II ist als Ehrengrab ausgezeichnet. Familie Elisabeth Schwarzhaupt war die Tochter des Oberschulrats Wilhelm Schwarzhaupt, der von 1921 bis 1933 für die DVP dem Preußischen Landtag angehörte. Ihre Mutter stammte aus einer wohlhabenden Kaufmannsfamilie. Verlobt war Elisabeth Schwarzhaupt mit einem jüdischen Arzt, der wegen des Berufsverbots zuerst in die Schweiz und dann nach Amerika emigrierte. Elisabeth Schwarzhaupt gelang es nicht mehr, mit ihm gemeinsam Deutschland zu verlassen. Partei In der Weimarer Republik war Elisabeth Schwarzhaupt Mitglied der DVP. Seit 1945 gehörte sie der CDU an. Abgeordnete Von 1953 bis 1969 war sie Mitglied des Deutschen Bundestages. Hier war sie von 1957 bis 1961 stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion. 1957 war sie die direkt gewählte Abgeordnete im Wahlkreis Wiesbaden. Elisabeth Schwarzhaupt war, anders als die Mehrheit auch der Frauen in ihrer Partei, eine vehemente Gegnerin des Stichentscheides in der Ehe. Mit der der Mann bei Streitfällen in allen die Ehegatten betreffenden Angelegenheiten seine Ansicht hätte durchsetzen können. Gemeinsam mit Margot Kalinke stimmte sie im Rechtsausschuss des Bundestages für den Änderungsantrag der FDP-Fraktion und sorgte damit für eine Niederlage der Regierungsfraktionen CDU, CSU, GB, BHE und DP. Das Gesetz über die Gleichstellung von Mann und Frau auf dem Gebiet des bürgerlichen Rechts wurde am 18. Juni 1957 ohne die Stichentscheidsklausel verabschiedet Öffentliche Ämter Nach der Bundestagswahl 1961 wurde sie am 14. November 1961 als Bundesministerin für Gesundheitswesen in die von Bundeskanzler Konrad Adenauer geführte Bundesregierung berufen. Dieses Amt übte sie auch unter Bundeskanzler Ludwig Erhard aus. Am 30. November 1966 zum Ende der Regierung Erhard schied sie aus der Bundesregierung aus. Ehrungen Zur Ehrung und Erinnerung hat die Stadt Frankfurt am Mai 1988 eine Grünanlage in Elisabeth-Schwarz-Haupt-Anlage und die Stadt Mainz eine Straße in Mainz finden in Elisabeth-Schwarz-Haupt-Straße benannt. In Berlin ist der Elisabeth-Schwarz-Hauptplatz nach ihr benannt. Im Bonner Stadtteil Röttgen gibt es seit 2015 eine Elisabeth-Schwarz-Haupt-Straße. Veröffentlichungen Die Frau in Regierungs- und Oppositionsparteien in Neue Evangelische Frauenzeitung 1965 Heft 2 Seiten 34 bis 38 Aufzeichnungen und Erinnerungen in Abgeordnete des Deutschen Bundestages Aufzeichnungen und Erinnerungen Ben 2 Woppert am Rhein 1983 Seiten 235 bis 283 296 bis 296 bis 307 bis 296 abandonment 316 bis 316 bis 787 bis 296 bis 4243 opponents 316 bis 296 bis 326 bis 306 bis 326 bis 306 bis 316 bis 336 bis 316 bis 996 bis 306 bis 306 bis 276 bis 316 bis 349 bis 296 bis 296 bis 396 bis 306 bis 31stay bis 317 bis 729 bis 336 bis lodge 45 sì 6 times 31jes hat 3- Hardy 1 bis pickledaat给我 Untertitelung des ZDF, 2020